Die dreifache Befreiung Gleich wie ihr Jünger zur Herbstzeit am durchbrochenen, wolkenlosen Himmel, die Sonne, die lüftet durch Eilend, das den ganzen Raum erfüllende Dunkel zerteilend, glüht und leuchtet und strahlt, ebenso nun auch ihr Jünger wird der heilige Jünger, wenn ihm das ungetrübte, unbefleckte Auge der Wahrheit aufgeht, mit dem Aufgehen der Erkenntnis von drei Fesseln befreit, der Ich-Illusion, der Zweifelssucht und dem Hangen an Sittenregeln und Riten. Und ferner löst er sich von zwei Eigenschaften, der sinnlichen Begierde und dem Groll. Der Sinnlichkeit entrückt, frei von schlechten Geisteszuständen, gewinnt er, sinnend und nachdenkend, die in der Entsagung geborene, von Glückseligkeit und Freude erfüllte Selbstvertiefung. Und er, sinnend und nachdenkend,